Dieser Fernseher im Hintergrund ist 75 Zoll groß, das ist verdammt riesig und gerade bei so großen Fernsehern hat man häufig in großen Räumen auch mit nervigen Spiegelungen zu kämpfen. LG hat sich gedacht, dass das doch kein Problem sein sollte und genau das ist eine der Stärken ihrer QNED-Reihe. Ich habe den die letzten Wochen ausführlich getestet und will in diesem Video mal klären, ob er den Preis wert ist und ob man ihn sich kaufen sollte, wenn man auf der Suche nach einem großen Fernseher ist. An der Stelle auch vielen Dank an LG, die dieses Video ermöglicht haben und unterstützen. In meiner Meinung und Aussagen bin ich aber natürlich nicht eingeschränkt worden. Falls ihr auch noch mehr zu dem TV wissen wollt, klickt gerne nach dem Video auf den Link in der Beschreibung. Reden wir zuerst über den Elefanten im Raum, ganz wörtlich das riesige 75 Zoll Display. LG nennt es ein 4K Quantum Dot Nano Cell Plus Display mit Mini LED Backlight und Precision Dimming, was im Endeffekt nur bedeutet, dass es ein 4K Display ist, welches durch verschiedene LG Technologien besonders gut darin ist, knackige und gesättigte Farben anzuzeigen. Mini LED Backlight und Precision Dimming bedeutet, dass die Hintergrundbeleuchtung aus vielen tausenden kleinen Leuchtdioden besteht, die präzise an die Helligkeit des aktuellen Inhalts angepasst werden können. Und damit sind sehr hohe Helligkeiten, aber gleichzeitig sehr starke Kontraste möglich, weil damit auch Teile des Bildes abgeschaltet werden können, die schwarz sind. Unterstützt wird die Bildqualität durch LGs eigenen Alpha 7 Prozessor in der sechsten Generation, welcher mithilfe von AI Sound Pro, AI Picture Pro, AI Brightness Control und 4K AI Super Upscaling hilft, Audio- und Videosignale zu verbessern und optimal auf die Lichtverhältnisse im Raum anzupassen. Plus Bildquellen mit niedriger Auflösung können intelligent hochskaliert werden und sehen damit nochmal schärfer und besser aus. Aber auch Zwischenbildberechnung für eine flüssigere Wiedergabe und sogar eine AI Picture Wizard ist mit an Bord. Ich kann verschiedene Bilder wählen, die mir besonders gut gefallen und der Fernseher passt daraufhin die Bildverarbeitung auf meinen persönlichen Geschmack an. Das ist schon ziemlich cool. LG liefert dafür verschiedene Ton- und Bildprofile mit, wie zum Beispiel meinen Favoriten den Filmmaker-Mode, der das Bild so anzeigen soll, wie vom Regisseur gewollt. Dazu werden natürlich Dolby Vision und Dolby Atmos unterstützt, übrigens auch in HDR mit HDR10 Pro und HLG. Das Ganze passiert übrigens mit bis zu 100 Hz, was die Gamer unter euch besonders freuen wird und mit 10-Bit-Farbtiefe, was einem vor allem bei Farbverläufen auffallen kann. Ein Nachteil von traditionellen LED-Fernsehern ist, dass die Hintergrundbeleuchtung über die gesamte Fläche dauerhaft eingeschaltet ist. Das kennt man von anderen TV-Modellen, wo zum Beispiel dann schwarz eher grau aussieht, eben weil das Licht von der Hintergrundbeleuchtung die Pixel trotzdem anstrahlt. Nicht so bei Mini-LED, denn die Idee hierbei ist, dass die einzelnen LEDs, die gerade unter schwarzen Pixeln sind, ausgeschaltet werden. Je mehr LEDs es gibt, desto besser ist der Effekt. Es kommt immer noch zu leichtem Light-Bleading, also dass schwarze Pixel um helle Pixel herum leicht gräulich aufleuchten, aber der Effekt ist inzwischen ziemlich gut und deutlich schwächer, als die Kamera das hier einfängt. Das erlaubt dem Fernseher gleichzeitig sehr hell und extrem kontrastreich zu sein, solange ich nicht genau einen extrem hellen neben einem schwarzen Pixel habe. Dieser Effekt ist über die letzten Jahre immer besser geworden und gerade im 2023er-Modell wirklich schon extrem gut. Ansonsten, die Spiegelungen gehen in Ordnung, der Fernseher wird hell genug, damit die nicht stören und die Blickwinkel sind natürlich LED-typisch sehr gut. Als Betriebssystem läuft LGs WebOS auf dem Fernseher. Das wirkt sehr aufgeräumt und lässt sich über die Fernbedienung mit Bewegung steuern. Etwa so wie eine Wii-Fernbedienung, die man von früher kennt. Ich persönlich liebe das einfach, man kann den Fernseher aber auch ohne Probleme mit der LG-eigenen App vom Smartphone steuern. WebOS bietet ziemlich viele Apps, eigentlich alle, die ich persönlich gesucht habe, aber auch hier brauche ich leider einen eigenen Account, um das System nutzen zu können bzw. muss den TV registrieren. Ansonsten gibt es natürlich Bluetooth und Airplay 2, was super praktisch ist. Ich persönlich habe aber noch die Chromecast-Unterstützung vermisst. Das heißt, wenn ihr Chromecast benutzen möchtet, dann müsst ihr euch eben den Dongle extra kaufen und den dann an den Fernseher anschließen. Aber dafür gibt es einen Sleep-Timer, der den Fernseher nach einer bestimmten Zeit ausschalten kann. Apropos ausschalten, ich persönlich würde euch empfehlen, den Eco-Mode zu deaktivieren, denn ansonsten ist die Bildqualität von dem, was der LG QNED86 liefern kann, doch eher begrenzt. Es gibt auch ein Home-Dashboard für andere LG-Produkte und mein persönliches Smart Home, was echt praktisch ist, wenn ich den Fernseher voll in das System mit integriert habe. Mit dem Thema AI sind wir aber noch nicht fertig, denn es gibt auch noch einen AI-basierten Concierge. Der schlägt mir immer wieder Empfehlungen für Filme und Serien vor, die auf meinen vergangenen Suchen basieren. Das ist ziemlich cool und funktioniert auch erstaunlich gut. Ansonsten gibt es auch eine Art Gallery, wodurch ich den Fernseher als digitalen Bilderrahmen verwenden kann. Die Möglichkeit, Bild in Bild anzuzeigen, aber leider nur eine App und einen HDMI-Eingang. Ich persönlich fände es extrem praktisch, wenn ich auch zwei HDMI-Signale parallel anzeigen könnte. Zudem gibt es den Game-Optimizer und der hilft dabei, die besten Einstellungen zum Zocken zu finden und auch die Unterstützung für Cloud-Gaming mit GeForce Now. Und das alles passiert in diesem mit 75 Zoll doch sehr großen Fernseher mit erstaunlich schmalen Rändern. Einen Standfuß liefert LG natürlich mit, der sieht auch ziemlich schick aus und alternativ kann der QNED86 aber auch mit einem Wesermount einfach an der Wand aufgehangen werden. Man sollte den Fernseher aber richtig gut befestigen, denn alleine der TV wiegt über 40 Kilo und mit Standfuß sind es dann über 50 Kilo. Das ist sogar zu zweit eine echt schwierige Aufgabe, den Fernseher auszupacken und richtig aufzustellen, geschweige denn, denen eine Etage nach oben zu tragen. Kommen wir aber zu den Anschlüssen. Es gibt viermal HDMI, davon zweimal HDMI 2.0b und zweimal HDMI 2.1. Einer davon übrigens auch als eARC, außerdem zweimal USB 2.0, einen CI-Plus-Slot sowie Anschlüsse für Antenne und Kabel. Aber auch optisches Audio und Ethernet fehlen natürlich nicht. Ansonsten hat LG vier Lautsprecher mit insgesamt 40 Watt Leistung verbaut, allerdings keinen Subwoofer, der mir persönlich bei der Kino Experience schon etwas gefehlt hat. Die Lautsprecher sind gut und reichen im Normalfall auch aus, aber mal ganz im Ernst, wer sich so einen großen Fernseher zu Hause in die Wohnung hinstellt, der will natürlich auch das Maximale rausholen und dementsprechend würde ich dann doch eher empfehlen, zu einer externen Anlage zu greifen. Last but not least einen kurzen Blick auf die Fernbedienung. Ich hatte ja schon gesagt, dass mir persönlich die Bedienung sehr gut gefällt, weil ich die Fernbedienung einfach bewegen kann und damit den Cursor steuer. Aber sie ist zudem auch noch bequem und wirkt wertig, also so wertig wie Plastik halt auch wirken kann. Außerdem gibt es Schnellauswahlbuttons für Netflix, Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, LG Channels und auch Alexa. Mir persönlich fehlt da eigentlich nur YouTube und beleuchtete Tasten, die wären auch noch ganz schön gewesen. Ich muss schon sagen, LG hat hier einen richtig coolen Fernseher zusammengestellt, wo das Gesamtpaket passt. Man hat ein schönes Design mit einem minimalistischen Standfuß, so dass man eigentlich überall diesen Fernseher gut hinstellen kann, sofern es eben platzmäßig passt. Dazu aber auch die wunderbare Bildqualität mit guten Helligkeitswerten, so dass man auch in heller Umgebung problemlos das Bild sehen kann. Man hat schöne Farben und auch das Local Dimming funktioniert richtig gut. Also in den letzten Jahren ist die Entwicklung hier in dem Bereich nochmal richtig gut vorangekommen. Und die Software, die ist schnell, es gibt keine Abstürze und so und es gibt alle Funktionen, die man sich von einem smarten TV wünschen kann. Einzig und allein die Fernbedienung könnte für meinen Geschmack etwas hochwertiger sein. Und ein eingebauter Subwoofer bei den Lautsprechern, der wäre auch noch cool gewesen. Aber ansonsten hat man alles, was man sich von so einem Fernseher wünschen kann. Der Preis ist natürlich hoch, aber ich meine, es ist ein 75 Zoll Fernseher. Und wenn ihr Interesse habt, dann findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Abonniert den Kanal und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin. Ciao. Ciao.